Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs bewundern. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Bewundert. Bewunderte. Hat bewundert. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich bewundere. Du bewunderst. Er bewundert. Wir bewundern. Ihr bewundert. Sie bewundern. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich bewunderte. Du bewundertest. Er bewunderte. Wir bewunderten. Ihr bewundertet. Sie bewunderten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe bewundert. Du hast bewundert. Er hat bewundert. Wir haben bewundert. Ihr habt bewundert. Sie haben bewundert. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich bewundere. Ich bewundere. Du bewundert. Du bewunderst. Er bewundere. Wir bewundern. Wir bewundern. Ihr bewundert. Sie bewundert. Sie bewundert. Sie bewundern. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich bewunderte. Du bewundere. Du bewundertest. Er bewunderte. Wir bewunderten. Ihr bewundertet. Sie bewunderten. Den Schluss macht der Imperativ. Bewundere du. Bewundern wir. Bewundert ihr. Bewundern sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb bewundern. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. . Von der Sommer hier? Nein, das war dein Lieber. Danke.